hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den vögeln an meiner seite ist der gute bs royal hallo hallo sagt er nichts und mene ist auch dabei ja ihr seht es hier groß in meinem bildschirm pgc 2023 bald wird es nur selber flieger und schalten ein paar leute aus also im spiel freunde freunde flach halten hier die bildzeitung schon wieder am titel wir sind ja sehr beliebt bei der bildzeitung was die alles über uns erfinden das ist ja wahnsinn die vögel rockstar so zwei seien und ne drei seien noch mit unserem flieger noch mal jetzt sind die raus und wir sind auch raus wo gehen die denn hinten wo sind sie denn sexy nickt jeder hier in die richtung ich mache dann den hinteren bereich und geht danach da kommen zwei das sind glaube ich boards gehen da irgendwie in den vorderen bereich aber die gehen sehr langsam runter ich denke auch dass es boards sind hier ist ein blaues auto und vier sitze das schon mal wissen jetzt drehen sie ab irgendwie keine ahnung wo die hingehen ich hole mir erst mal die waffe das ist auch schon alles was man so braucht alter was gemacht den rucksack jetzt die lingo akms ein stück die die hier liegt die m24 markiert zweite halle mittlere halle hier liegt die sks soll ich dir die dann mitbringen einfach hier in meiner halle ist eine sks und eine ace wir sind ja noch ein bisschen am looten eben jetzt hier rum rennen wie so hühner haben wir erstmal weiter looten erstmal ein bisschen looten noch hier habe ich selber eine m24 ergiebig wie erhofft was von den gegner gehört hier liegt ein 8 da wer will noch eine m24 was die falls du auch eine m24 willst ich habe eine achso Jedes Mal in so einem Scheiß-Sandsturm drin. Wir sind drin. Wir sind in der Zone. Nice. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Das gibt es ja so eine Waffe. Ich weiß aber immer nicht, welche das ist, mit der man die Granaten schießen kann. Ja, so einen Granatwerfer gibt es ja. Das ist ja eine Handfeuerwaffe. Eigentlich sollte man den immer mitnehmen, oder? Aber ich weiß halt nicht, wie der heißt und was das ist. Ja, das sind immer so große Patronen. Hier liegt noch ein Medi-Kit, falls es jemand will. Noch ein Sechser. Sechser habe ich. Wollen wir noch die SKS? Das ist Sechser. SKS ist in der Halle, die ich markiert hatte. Ja, ich habe dir auch eine SKS markiert. Je nachdem, wo du bist. Schalli, wenn es geht. Markierst du die nochmal, ja? Ja, sonst kann ich auch bei Mene gehen. Kannst ja gucken. Eigentlich nur noch erweitertes für die M24. Ja. Oder eine Mosin. Ja. Da, wo du auch gerade drin bist, Basti. Kompletter Abfuck. Du bist doch nebenan, oder nicht? Ja, war ich kurz. Das ist mir zu unübersichtlich. Gehe ich wieder weg. Okay, hab SKS. Falls ihr noch einen Sechser seht, oder noch wisst, wo das ist, ne? In der Halle, in den Hallen oben, neben dem... Siehst du meinen blauen Marker? Ja. Die Halle davor. Sonst kannst du auch einen Achter haben. Das ist hier direkt bei dir in der Nähe. Ja, würde ich auch nehmen. Ich glaube, ich habe diesen Kipp-Granatwerfer gefunden. Ne, ich war mit. Da, wo dein Marker ist, Brilli, ist der Achter, oder was? Ne, komm einfach zu mir, ich zeig dir, wo. Okay. Also ihr habt nicht zufällig noch... Hier ist das Achter, auch noch ein Achter. Danke, hab ich. Äh, ihr habt nicht zufällig dann noch irgendwie einen Schalli AR gefunden. Nope. Alter, diese Gebäude. Superviele leere Räume einfach. Äh, was ist denn? Ich hab Bock drauf. Boah, hast du denn angefangen zu looten, Mähne? Warst du hier vorne, wo ich jetzt gerade hinlaufen? Nee, ich hab da angefangen, in den Hallen, wo jetzt mein Marker drauf ist. Und dann hier in die Mitte gegangen, wo ich jetzt bin. Geh ich mal hier unten hin. Brauchst du noch ein Wangenpolster, Basti? Ich brauche noch ein Wangenpolster. Ah, ist markiert. Äh, nee, Wangen habe ich. Ich brauche nur noch dieses Erweiterte. Für die SR? Ja. Ja, das finde ich auch noch. Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Wo war noch niemand? Was ist denn? Also eine Richtung von zu mir, wo ich jetzt bin, weil hier steht gleich auch das Auto und so. Und hier ist auch noch eine Halle. Ist hier oben auf diesem Parkdach was? Hat er da schon mal geguckt? Kommt man hier überhaupt hoch? Ja, kommt man hoch. Hier ist auch was. Okay. So da, ja, da war ich schon. Hier ist noch ein Medikit. Hier ist noch ein Sechser. Mein Gott, wie wenig Schallis bitte hier. Campo Militar, Alter. Nix. Hier ist die Tür auf. Hier waren die Bot-Absoluten. Das ist ein riesengroßer Dreck alles hier. Spielbereich verkleinert sich. Okay. Sehen wir noch drin. Im Campo Militar. Ja, lass uns mal zum Auto und dann... Hier ist Schalli. Hier ist dein Schalli. Wo? Joel. Und ein Schalli für mich sogar auch. Für SR. Nice. Ja, okay. Dann bin ich soweit erstmal ready. Sagen wir mal los. Im Auto. Position rufen. Wir sind doch nicht schlecht in der Posi, oder? Nö, nö. Wir können auch... Also hier in der Region werden wir auch bleiben. Aber wir könnten vielleicht noch weiter hier hin. Oder uns einen schönen Berg suchen. Wo ist denn die Karre? Hier. Wo Mene ist. Ziemlich genau. Hab sie markiert. Ich würde sagen, wir fahren zu meinem Marker. Aber da ist auch noch schön Berg. Tolle Kiste hier. M79 ist, glaube ich, dieser Granatwerfer. Will ich nachher mal aus. Okay, mein Marker ist knapp drin. Wir haben einen weiter, oder? Ja. Was ist denn hier? Also diese Änderung, dass wir das Flugzeug eingezeichnet haben, ist schon cool. Muss man nur sagen. Ja. Gerade in dem Moment, wo ich rausgefunden habe, wie das mit dem Markieren geht, ändern die das. Ja. Stimmt, in der ist der Karre. Aber fang mal zu Crate. Ja, mach ich. Geil. Wo ich mir 3er hin, 3er Weste. 3er Weste habe ich schon. Kannst du haben. Der Uhrensohn fährt dann natürlich genauso hin, dass er als erster an der Kiste ist. Haha. Los, schnell weiter. Wir sind hier gerade im Blick aller. Nimmst du die P90? Ja. Was ist das? Jetzt automatisch die Schalte drauf und so weiter, ja. Ich lege euch den ganzen Rest nicht. Ich brauche hier hin. Oh, nix. Komm. Brauchst du da eine Wange. Hast du eine Wange dahin gelegt? Da oben auf dem Berg ist einer. Zwei. Die Wange habe ich nicht gegenehmt. Komm. Gegenüber, genau auf dem Berg, obendrauf auf der Spitze waren zwei. Ich habe jetzt mal nicht geschossen, damit ich mich nach Anschluss kriege. Gut, so. Ich komme ein bisschen weit weg. Natürlich leider nicht so dreembergig. Aber egal. Bleiben wir einfach hier im Schutz und gucken mal, ob links und rechts was kommt. Da oben sind sie. Ich habe es markiert. Sollen wir schießen oder lassen wir sie? Nichts so weit. Es ist richtig weit. Aber ich habe einen Achter, deswegen kam es mir jetzt nicht so weit vor. Bei einer SK ist niemals hin. Aber der muss ja jetzt kommen, weil die Zone kommt doch jetzt, ne? In die nähere Umgebung. Ich gucke Richtung Südwestwest. Ich gucke genau nach Süden. Ja, dann gucke ich mal auf die andere Seite, wa? Da sind sie, kommen sie runtergeflitzt. Genau im Süden, am Berg runter kommt zwei. Wenn sie mal was näher sind, können wir ballern. Drei sind es. Logisch. Das sind wir auch. Das vorderste ist. Da holt sich gerade ein Motorrad. Als sie hinkommt, stellt euch bitte so, dass sie uns nicht sehen. Fährt alleine mit dem Motorrad schon mal vor. Das ist jetzt dort mit dem Motorrad vorbeigefahren. Müsst du jetzt bei dir im Westen auftauchen. Noch sehe ich nix. Hier ist aber auch ein Berg davor, glaube ich. Und die anderen beiden rennen hinterher. Jetzt kommt er mit dem Motorrad zurück. Jetzt holt er es, glaube ich, ab. Lustig zu beobachten. Da ist noch einer. Näher. Markiert. Ich könnte ihn treffen, glaube ich. Bin ich sicher. Achso, Charlie? Ja. Luchs. Jetzt wird er gehittet von irgendwo. Warte, ich treffe ihn noch nicht. Dass er sich hinterm Stein versteckt, weil er dort gehittet worden ist. Ich weiß aber nicht von wo. Wir sind noch knapp nicht in der Zone. Wir müssen ein Stück weit davor, aber das ist direkt hier vor uns. Ah, da unten ist einer down. Hier ist einer down. Wir bleiben auf jeden Fall erst noch hier. Zone kommt. Jetzt wurde er erschossen. Jetzt kommt er wieder raus hier. Die anderen kommen aus dem Westen, Brilly. Die müssen bei dir gleich... Von mir kommt nix. Ich sehe niemanden. Die habe ich jetzt nicht mehr im Blick. Basti, bei dir, der kommt jetzt wieder hoch zu dem Stein. Da steht einer im Motorrad. Ganz weit hinten. Da sind die, die drei. Da liegt einer. Den könnte man treffen. Ihr mit euren... Da ist ein Stück. Da haben wir natürlich überhaupt keine Deckung. Hinter Steine, Hügel, was auch immer. Und hier der Hügel, da müsste man die eigentlich treffen können. Da rennt er. Hier. Hits. Hits. Nochmal Hits. Hieß da eigentlich mal jemand von euch? Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Er hat drei Hits gekriegt. Wo ist er denn jetzt? Genau. Jetzt sind sie hinterm Hügel. Okay. Da, irgendwo. Vergiss meinen Marker, der nicht da hinten war. Ja, das wird auch rumgeballert da hinten. Nach Richtung Osten gefahren. Ich bin eigentlich in dem Compound oder so. Wir müssen noch ein Stück weiter, Leute. Ja, leider. Aber hier, nicht da rum. Nicht da rum, hier rum. Ja, aber da sind auch welche, ne? Ja, da sind überall welche. Hier habe ich glaube, ein bisschen mehr Schutz in der Kuhle hier. Hier ist man drin. Oh, ich werde beschossen. Ich weiß, von wo? Ja, von da, wo dein Marker ist, ungefähr. Ja, ungefähr aus dem Compound, glaube ich. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe nicht in die Richtung geguckt in dem Moment. Die sind immer noch. Ja. Da ist einer. Jetzt werde ich getroffen. Warum auch immer. Von wo, Alter? Oh, scheiße, hier gibt es keine scheiß Deckung. Da. In welchem, in dem, in dem, da drin. Okay. Hit. Komm, lass uns ein Stück vor. Die kriegen da gerade aufs Festbett. Genau. Der Typ, der nicht gehittet hat, wurde gekillt in dem Ding. Von irgendjemandem. Sucht euch einen Stein oder so. Da ist einer. Markiert? Ja. Da, genau der. Zweite, das. Zweite Motorrad von eben. Einer ist die Treppe hochgegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Au, scheiße, scheiße. Boah. Ich weiß nicht von wo, ich werde getroffen. Hab einen. Ja. Dass der den nicht gehittet habe. Da ist einer, da. Basti. Hat einen Henner gekriegt. Den sehe ich nicht von, wo ich bin. Holst du einen Mähne? Wo ist denn der Mähne? Da hinten. Ich werde beschossen. Nee, nee. Basti, komm nicht. Komm nicht, komm nicht. Komm nicht, lass es. Ich kann nur Dingsding werfen. Ich habe nur Dingsding geworfen. Ich bin jetzt zu weit weg. Ja, es schafft ihr nicht mehr, mich zu holen. Ist zu spät. Ich versuch's. Boah, es reicht. Ich fass es nicht. Hieße jemanden, Basti? Ja, hier am Jamstein. Im Kili. Ich klicke aufs Fresspad. Hab ihn aber. Oder Mähne, Adin. Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Der ist weiter an die andere Seite, Basti. Ich sehe beide. Der eine ist down. Heißt, der andere muss den holen. Oder macht uns fertig. Ja, macht uns fertig. Jetzt bin ich down, ne? Ja, ja, ich muss aber erst mal mich healen gerade. Basti, hast du denn ein Visier? Ja. Fuck. Boah, hätte ich eine DMR gehabt. Der lädt so lange nach, die Scheiße. Er kommt. Ist genau hinterm Stein. Nee, gar nicht. Hinter mir. Rechts von dir, rechts von dir. Rechts von dir. Er hat auf mich geschossen. Ja. Sehr gut. Deswegen. Kannst du finishen. Ja, ja, aber. Hat alles von seinem Partner gerade. Ja. Wo ist der? Richtung links eher. Da, der rote hinter. Genau. Genau, da ist er. Da ist er, da ist er. Ich sehe ihn nicht. Da ist er doch. Du hast doch drauf gezielt. Hinter dem Gitter. Links von dir. Da, 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 da. Da. Ist noch einer irgendwo. Granate. Scheibenkleister. Ich dachte, es wären nur zwei. Wie kann das sein? Ja, ich wusste auch nicht, dass dann... Es waren noch zwei am Leben. Hm. Da, da. Ja. Da. Da.